Jo, was geht ab, Leute? Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich weiß nicht, wie lange ich das schon nicht mehr gesagt habe. Über zwei Monate ist das jetzt schon her, da ich das allerletzte Video hochgeladen habe. Warum das Ganze alles, werde ich euch heute in diesem Video erklären. Es tut mir auf jeden Fall mega leid. Sorry an alle da draußen, die jede Woche auf ein neues Video gekauft haben. Aber ich hatte auf jeden Fall Gründe dafür, ein paar Probleme, ein bisschen Stress, wirklich sehr viel Stress in meinem Leben. Warum keine Videos kamen, das werdet ihr gleich alle verstehen. Auf jeden Fall würde ich mich freuen, gleich am Anfang mal erwähnt, wenn jeder von euch das Video bis zum Ende schaut und vielleicht irgendwie einen Kommentar hinterlässt, dass ich einfach mal wieder dieses YouTube-Feeling mal wieder am Start habe, dass ich wieder Kommentare lesen kann, Kommentare beantworten kann und so. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und jetzt würde ich sagen, erkläre ich euch, was bei mir abging. Okay, Leute, und dann würde ich sagen, starten wir einfach vom Anfang bis zum Ende. Und zwar habe ich ja vor ungefähr vier Monaten, ungefähr im April, hat ja mein Praktikum gestartet, wo ich halt wirklich zweieinhalb Monate wirklich von morgens bis abends unterwegs war. Da habe ich wirklich sehr wenig Videos gemacht. Immer nur so ein, zwei Videos die Woche, meistens nur eins, weil ich halt wirklich, das ist so eine Eigenschaft von mir, die ist eigentlich ganz gut, aber die kann auch einfach abfahren, weil ich einfach übelst der Perfektionist bin. Ich will einfach keine Scheiße hochladen, wisst ihr, wie ich meine? Deswegen habe ich halt wirklich wenig Videos gemacht, aber dafür halt dann für meine Verhältnisse oder für meinen Eindruck, sagen wir mal, qualitativ hochwertige. Dann habe ich Ferien gehabt. Die erste Woche war ich ja bei Sandro, da habt ihr ja noch das letzte Video gesehen, das war ja bei Sandro gedreht. Übrigens noch eine richtig geile Fußball-Challenge, mit Sandro wird auch noch die Tage online kommen. Und dann war ich zu Hause und welcher Hype hat dann begonnen? Pokémon Go, ohne Scheiß. Ab da an war ich, glaube ich, die letzten zweieinhalb Wochen, zweieinhalb, drei Wochen so ungefähr, nur mit Kollegen draußen. Wir waren die ganze Zeit am Pokémon Go spielen, immer in die Stadt gefahren, da gechillt bis in die Nacht rein und keine Ahnung was. Und dann, umso näher es zu meinem Examen kam, umso weniger Zeit habe ich wirklich für YouTube investiert. Ich habe nicht mehr so viel durchgelesen an Kommentaren. Es kamen schon so viele Kommentare rein, ey Flo, mach doch endlich mal wieder Videos. Aber mein Examen war halt zu diesem Zeitpunkt echt mir viel wichtiger, Jungs. Ich habe für zwei Jahre, glaube ich, da Geld investiert, also wirklich immer bezahlt, bezahlt jeden Monat. Und da wollte ich nicht irgendwie dieses Examen verkacken und irgendwie nochmal neu irgendwie was bezahlen, damit ich nochmal die Nachprüfung machen kann. Und deswegen habe ich mich wirklich dann nur noch auf mein Examen konzentriert und wirklich gelernt, gelernt, gelernt. Wir haben insgesamt, glaube ich, plus minus 20 Fächer gehabt, die wirklich so voll waren, ohne Scheiß. Wir haben so viele Fächer gehabt, 20 Stück ungefähr. Und wir hatten insgesamt so 13 Prüfungen, ungefähr so 12, 13 Prüfungen. Und da habe ich wirklich so viel für gelernt, das könnt ihr euch gar nicht glauben. Und deswegen kam halt keine Videos, Punkt. Also das war der Grund, habe ich halt wirklich täglich fast Prüfungen gehabt, ungefähr so zwei, drei Prüfungen pro Woche. Ich hatte den ganzen August durch, wirklich von ersten Tag bis zum letzten Prüfungen. Wer mir auf Snapchat und auf Instagram folgt, hat das auf jeden Fall alles mitbekommen. Ich hatte wirklich so viel um die Ohren dieses Examen. Ihr glaubt nicht, wie das mein Kopf gefegt hat. Ohne Scheiß. Die letzte Prüfung saß ich ungefähr 13 Stunden am Lernen. 13... Ohne Scheiß. Das waren 13 Stunden. Und deswegen kam halt wirklich keine Videos. Aber ab jetzt bin ich wieder richtig aktiv. Mich würde es mega freuen, wenn ihr Leute von euch im Umkreis, irgendwie Freunde von euch, die mich übertrieben gefeiert haben oder schon deabonniert haben oder sich gefragt haben, ey, wann macht der Spaß dir denn nicht mal wieder Videos? Schickt ihnen einfach dieses Video. Würde mich mega freuen, damit die einfach checken so, ey, er ist jetzt wieder am Start. Ich werde wieder richtig durchdrehen auf YouTube. Ich habe wieder mega, mega viel Zeit. Also ungefähr so knappes halbes Jahr kann ich jetzt YouTube durchziehen ungefähr. Also ich habe jetzt extrem viel Zeit. Ich freue mich mega auf die Zeit. Ich werde richtig aktiv sein. Es wird viel auf euch zukommen. Das könnt ihr euch auf jeden Fall vorstellen. Und dann würde ich sagen, falls ich Versprecher drin hatte, ohne Scheiß, so lange kein Video gemacht, ich glaube, das könnt ihr mir auf jeden Fall verzeihen. Und dann würde ich noch sagen, lasst einen Daumen nach oben da. Und schreibt auf jeden Fall mal heute einen Kommentar, egal was. Schreibt eine Frage rein, ob ihr eine Frage an mich habt oder so. Irgendwas reinschreiben. Ich würde mich mega freuen, damit ich mir einfach wieder dieses YouTube-Feeling am Start habe, da ich irgendwas durchlesen kann, beantworten kann und keine Ahnung was. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr gehypt seid auf die nächste Zeit, schreibt es in die Kommentare. Und dann würde ich noch sagen, danke fürs Zusehen. Haut rein. Bis zum nächsten Video am Sonntag. Und ciao.